Dieser Clip befasst sich mit den Analysekriterien, die ich für mein Forschungsvorhaben entwickelt habe. Um die ausgewählten Lehrbücher zu untersuchen, habe ich auf didaktische Literatur zurückgegriffen, die Erkenntnisse über das mentale Lexikon repräsentiert. Dabei sollte jeweils für eine Lehrbuchgeneration eine Auswahl aus zeitlich zuordenbarer didaktischer Literatur getroffen werden. Diese sollte als Grundlage für die Entwicklung eines Kriterienkatalogs dienen, der Anachronismen vermeidet und damit eine Vergleichbarkeit über alle Lehrbuchgenerationen hinweg herstellt. Leider hat sich die lateindidaktische Forschung erst in jüngerer Vergangenheit verstärkt mit der Wortschatzarbeit auseinandergesetzt, obwohl es bereits mindestens seit den 1980er Jahren Ergebnisse zum mentalen Lexikon gibt. Aus diesem Grund stellte ich meinen Ansatz um und habe letztlich zwei Kriterienkataloge entwickelt, die für alle Lehrbücher herangezogen wurden. Beide Kataloge basieren auf lateindidaktischen Artikeln. Der erste dieser Artikel ist Hermann Steintals Grundlagentext zum Aufbau des Wortschatzes im Lateinunterricht aus dem Jahr 1971. Da dieser Text etwa mit der Entwicklung der zweiten Generation lateinischer Lehrbücher zusammenfällt, konnte er als Basis für einen Kriterienkatalog dienen, der auf alle Lehrbücher angewendet werden konnte, ohne dass die Analyse dahingehend angreifbar wird, dass man Kriterien heranzieht, die damals noch nicht bekannt waren. Der zweite herangezogene Artikel ist ein noch unveröffentlichtes Kapitel zum Thema Wortschatzkompetenz von Andrea Bayer. In dem Artikel setzt sich Bayer grundlegend mit den Erkenntnissen über das mentale Lexikon und deren Auswirkungen auf die Lateindidaktik auseinander. Es ist daher davon auszugehen, dass es sich hierbei um die neuesten Ergebnisse zu dieser Thematik handelt. Aus diesem Grund eignete sich der Text hervorragend, um Kriterien zu entwickeln, die eine vergleichende Analyse der Lehrbuchgenerationen auf der Grundlage von modernen Erkenntnissen ermöglichten. Aus Steintals Text wurden insgesamt elf Kriterien extrahiert. Ich will im Sinne einer verdaulichen Präsentation nicht auf alle Details dazu eingehen, sondern hier nur ausgewählt die Beweggründe erläutern. Der vollständige Kriterienkatalog kann über den Link unter diesem Video abgerufen werden. Die Kriterien lassen sich grob in zwei Kategorien aufteilen. Erstens Kriterien, die analysieren, wie oft ein Aktivierungsreiz im mentalen Lexikon erfolgt. Und zweitens Kriterien, die analysieren, ob ein Aktivierungsreiz effektiv erfolgt. Da Steintal selbst das mentale Lexikon nicht erwähnt, wurden seine Aussagen auf Basis der modernen Erkenntnisse auf diese zwei Kategorien hin gefiltert. Die Kategorie Häufigkeit des Aktivierungsreizes erhielt zwei Kriterien, die maximal vier Punkte in der Bewertung ermöglichten. Zum einen wurde untersucht, ob die Wörter des Lernvokabulars für das Ziel der lateinischen Originallektüre sinnvoll ausgewählt sind. Dazu wurden die Lernwörter dahingehend untersucht, ob sie sich in der späteren Originallektüre überhaupt häufig wiederfinden. Als Untersuchungsgrundlage wurde das Kletsche-Lernvokabular zu Cäsars Bellum Gallicum und zu Ciceros Reden herangezogen. Als zweites wurde in dieser Kategorie untersucht, inwieweit gelernte Wörter in Folgelektionen, zum Beispiel in Texten und Übungen, wiederholt werden. Die Kategorie Effektivität des Aktivierungsreizes erhielt insgesamt neun Kriterien, die zwölf Bewertungspunkte ermöglichten. Dazu zählt beispielsweise, ob Wortbedeutungen in Sachkontexte integriert sind, ob antike Konzepte zu Vokabeln ausreichend erklärt werden, ob beispielhafte grammatische Konstruktionen zu Lernwörtern mit angegeben sind, ob typische Kollokationen oder Phrasen angegeben werden oder ob Wortbedeutungen nicht nur in Listen, sondern auch in kontextuellen Zusammenhängen wie zum Beispiel Wortgruppen dargestellt werden. Ein besonderer Aspekt war zudem, ob die angegebenen Wortbedeutungen Schülerinnen und Schülern überhaupt bekannt sein würden. Dazu wurden die Übersetzungen des Vokabulars der früheren Lektionen daraufhin überprüft, ob sie zu den 10.000 häufigsten deutschen Wörtern zählen. Dies erschien dahingehend plausibel, dass der Wortschatz von Kindern über die gesamte Schulzeit laut Angaben des Goethe-Instituts von etwa 8.000 Wörtern auf etwa 80.000 Wörter anwächst. Als Grundlage dieser Analyse diente das Projekt Deutscher Wortschatz der Universität Leipzig. Der entwickelte Kriterienkatalog wurde im zweiten Schritt auf Basis des Textes von Bayer um acht zusätzliche Kriterien erweitert. In der Kategorie Häufigkeit des Aktivierungsreizes wurden die Aspekte ergänzt, ob ein Lernwort bereits in einer Lektion mehrfach wiederholt wird und ob es im Rahmen einer Übung zusätzlich trainiert wird. Im Rahmen der Kategorie Effektivität des Aktivierungsreizes wurden verschiedene Aspekte der Repräsentationsebenen von Wörtern im mentalen Lexikon ergänzt. Dazu zählt bezüglich der Bedeutung zum Beispiel die Frage, ob zu Vokabeln fachspezifisches Kontextwissen vermittelt wird. Bezüglich des Klangs wurde untersucht, ob Hilfen zur Aussprache, wie etwa Vokallängen angegeben, oder ob grafematisch-orthografische Informationen geliefert wurden. Das heißt, ob zum Beispiel unterschiedliche Bedeutungen bei gleichlautenden Wörtern wie kum thematisiert werden. In Bezug auf die lexikalisch-syntaktische Ebene wurde zum Beispiel untersucht, ob ein Wort mit seiner syntaktischen Funktion geübt oder dargestellt wurde. Darüber hinaus geht Bayer in ihrem Text auf wichtige Lernstrategien für die Wortschatzarbeit ein. Dies sind Ordnungs- und Elaborationsstrategien, aber auch Abruf-, Einpräg- und Wiederholungsstrategien. Diesen Strategien wurde ein eigenes Kriterium gewidmet, mit dem untersucht wurde, ob verschiedene Lernstrategien in den Lehrbüchern zur Anwendung kommen. Insgesamt kommt das Bewertungsschema auf Basis von Steintal auf 16 Bewertungspunkte. Der Kriterienkatalog anhand von Bayer erreicht 29 Punkte. Diese Punkte wurden für jede Lektion einzeln vergeben und anschließend addiert. Die Gesamtpunktzahl eines Lehrwerks wurde dann mit der möglichen Maximalpunktzahl ins Verhältnis gesetzt, sodass für jedes Lehrwerk eine in Prozent angegebene Performance angegeben werden konnte. Wie die Performance der Lateinlehrbücher aussieht und welche Aspekte in der Analyse noch aufgefallen sind, stelle ich im nachfolgenden Ergebnisvideo dar. Aber selbstverständlich kann im Sinne der Netzwerkpräsentation auch zu einem anderen Video gesprungen werden.